Bau Schweiz CH und Bauarena präsentieren Ihnen Energie 17, Tag der Energiekompetenz. Am 24. Juni in der Bauarena in Volkerdschwil. An der Energie 17, am Tag der Energiekompetenz, präsentieren Ihnen renommierte Branchenexperten Ihre neuesten Projekte und Zukunftsideen. Inklusive praxisnahe Lösungen wie auch Tipps und Trends rund um das Thema Energie. Die bekannte und beliebte TV- und Eventmoderatorin Tanja Gutmann präsentiert die Talkshow Energie-Zukunft Schweiz. Nicht verfassen, am 24. Juni in der Bauarena Volkerdschwil. Weitere Informationen finden Sie unter www.bauschweiz.ch slash Energie 17